Grundgesetz Artikel 1 Absatz 2 Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit Schulgesetz Paragraf 117 Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit wird nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt Irgendwie kamen so alle Gefühle irgendwie hoch Ich hab diesen Druck wirklich gespürt, also irgendwie es war richtig da, es war total da Und die Leute drumherum haben sich gefragt, was ist denn das? Es war so eine krasse Stimmung und es ging nur um Schule sozusagen Wie kann es denn sein, dass wenn wir sozusagen unsere echten Gefühle zur Schule ausdrücken als Schüler Dass es sich dann anfühlt wie ein Katastrophenszenario Ich bin früher gerne zur Schule gegangen und trotzdem hab ich sie abgetroffen am Ende Weil sie nicht mehr ausgehalten haben, weil ich das alles nicht mehr ausgehalten habe Also um was geht es in der Schule? Ist es einfach nur so ein Auffangbecken von verschiedenen ganz komischen, abstrusen Bedürfnissen von Erwachsenen Oder geht es darum, Menschen zu befähigen, an ihr Wissen, an ihr Potenzial zu kommen? Jeder Mensch von uns hat ungefähr 10.000 Stunden seines Lebens in der Schule verbracht Wie soll ich denn da wissen, was ich wirklich will? Ich sehne mich nach Menschen und treffe auf Lehrer Ich will die Welt entdecken, ihr macht es mich schwerer Ihr benotet mich, macht mich gehorsam Macht mich füchsam, ihr überfordert Was bauen die da gerade? Einen Saal Einen Saal, wozu? Weil wir das Bildungssystem zu Kabel tragen Wo gehört das Schulsystem hin? In die Tonne! Und weil wir jetzt vereint als Jugend stehen Ordern wir ein freies Schulsystem Kreativ Küken Schredder Durch die Motivation Kreativ Küken Schredder Noten Prostitution Kreativ Küken Schredder Völlig desvisioniert Kreativ Küken Schredder Aber sehr tief bezügt Das heißt, das ganze Projekt ist so voller Bildung Ist so voller Beweis, dass Jugendliche es alleine können Dass Jugendliche es alleine schaffen, die Potenzial zusammenzubringen Ohne dass irgendein Erwachsener sagt Ihr macht es heute, macht es Und das ist der Traum, sozusagen Dass die Schulen irgendwann Orte werden An denen die Kinder nicht aufhören müssen Das Leben zu lieben Und an denen die Kinder einfach weitermachen können Mit ihrer spielerischen Wissbegierigkeit Und ihrem spielerischen Willen dazu Die Welt kennenzulernen Die Schriftrolle bedeutet für mich Dass ich selber dafür verantwortlich bin Was ich lernen möchte Und dass ich mir das nehmen kann Dass ich mir das holen kann Dass ich sozusagen hier reinschreiben kann Was meine Träume sind Und dass ich die auch verwirklichen kann Was meine Träume bin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal